Start zum 24h-Rennen vom nächsten Wochenende in Schütz. Los geht's bereits am Samstag mit dem Start der Fahrer um 2. Am Samstag sorgen für Unterhaltung der Fäger Hampi. Das Duo grenzenlos, das DJ-Team Rave-Fan Dani Einholzer und der Schlager-DJ Hansi. Am Sonntag ab 9.10 Uhr gibt es die Morgenbranche mit musikalischer Unterhaltung mit dem Schweizer Ögeli-Quartett Sonnenschein. Die Zielankunft der Biker ist am 2, Rangverkündigung am 4 und ab 3. Der Eintritt ist, wie immer, gratis. Das Mountainbike-Rennen vom nächsten Wochenende in Schütz darfst du nicht verpassen. Das ist es auf der Zwischenzeit. Und das ist es auf dem Zeitpunkt der Bikerin des Schütz darfst du nicht verstoßen. Die Bikerin des Schütz darfst du nicht verpassen. Das ist es für heute. Der Bikerin des Schütz darfst du nicht verpassen. Das ist es für heute.